Mein Name ist Jan Tunner, ich bin 23 Jahre alt, mache meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei der Stadt. Mein Tätigkeitsfeld bezieht sich auf die Planung von Veranstaltungen, auf die Vorbereitung von Veranstaltungen, auf die Nachbereitung und natürlich auch die Durchführung von Veranstaltungen. Das Besondere an diesem Ausbildungsbetrieb ist, dass wir eine wahnsinnige Vielfalt von Veranstaltungen haben. Da wir zwei Häuser haben, einmal das Festspielhaus am Ball und einmal die Nordseehalle, können wir wahnsinnig viele verschiedene Veranstaltungen hier bieten. Da fängt es an mit Konzerten, über Theaterveranstaltungen, es ist alles dabei. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, in der Region zu bleiben hier, da ich sehr ortsverbunden bin und nicht wirklich in die weite Welt hinaus möchte. Ich möchte gerne hier meine Tätigkeit ausüben, Gott sei Dank ist es hier auch möglich und ich bin da ganz glücklich drüber. Mein Name ist Jana de Buhr, ich bin Veranstaltungskauffrau, habe in Berlin meine Ausbildung gemacht, habe dann zehn Jahre da gelebt und bin sehr dankbar dafür, dass ich bei der Stadt Emden meinem Beruf noch weiterhin nachgehen kann. Nach Abschluss der Fortbildung kann ich mit anderen Abteilungen der Stadt Emden, wie die Jugendzentren, den Begegnungshäusern, Projekte nach außen tragen, die Projektleitung übernehmen oder hier intern die stellvertretende Betriebsleitung machen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Stadt Emden und damit mein Arbeitgeber im Gegensatz zu vielen anderen in der freien Wirtschaft mir die Perspektive gibt, mich weiterzubilden und vielleicht sogar nach der Weiterbildung noch das Studium hinten dran zu hängen. Ich bin ganz überall vom